Ich messer dich ab, Alter. Alter, willst du zu mir kommen? Ja, hast du grad eben mein Gesicht beleidigt. Okay, Leute, kommt schon. Rollen, sagt an. Ich hab die Bombe. Okay, wir haben einfach hier stehen. Satt, komm. Ich hab ihn dann dort gemacht. Okay, leg die Bombe. Mach hinter uns. Boah. Alter, ist nicht gut auf einmal. Leute, wir haben ne Bombe, die müsst ihr legen. Da ist einer. Das ist ja böse, wenn wir ne Bombe haben. Tja, aber manchmal muss man halt auch so was machen, na? Dann braucht man auch die Zube. Boah. Das ist auch schlecht, kann das sein? Ja, das kann ein bisschen echt sein. Leg mal die Bombe jetzt bitte, genau. Sehr gut, okay? Jawoll. Direkt in diesem Einkaufsladen. Scheiße. Krieg aus. Zu zweit, fucken. Ja, da ist unsere Bombe auch da. Im Einkaufsladen. Im Einkaufsladen. Im Supermacht. Da kann man auch einkaufen, haha. Warum geht man da hin, um seine Produkte zu verkaufen? Jigel. Willst du in eine Aldi gehen? Hey, wollen sie was von mir kaufen? Fass raus. Du sitzt einfach im Regal drin, wollt sie was kaufen. Haha, genau. In die Kürpapier einbauen. Guten Tag, so rausspringen wie so ein Popper. Hey. Hey. Hey, Kids. Ist so ein kleines bisschen. Hallo, mein bisschen Bonbon. Bist du ein LSD-Bonbon, mein kleines? Ja. Oh mein Gott, der ist einfach weggesprungen. Ich wollt ihm in die Fats schießen. Okay. Alle links, wir pillen sie weg. Rechts, alle rechts, alle rechts, alle rechts. Okay, alle rechts. Okay, ich versteh schon gegen meine Waller. Aber... Was ist das? Das war aber eine schlechte Idee. Alter, wie wir sie holen. Wir sind taktisch so wertvoll unterwegs. Ich hab eigentlich noch die meisten Eliminierungen in ihr. Das geht ja ganz ruhig, warte. Nice. Ich kann rumfliegen kurz... Der ist drinnen im Haus. Oh Gott, alle. Ich muss den Rücken zu. Ich wollt noch in ganz in Ruhe aimen. Ich wollt ganz sagen, wir können einfach sagen, wo die Leute sind, wenn man rumfliegen kann. Wie gut ist das denn? Lass in die Klos gehen. Zweierstapel. Aber das ist ein bisschen schwul. Lass alle in die Klos gehen und verstecken. Alle in die Klos gehen. Komm, 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 komm. Sollen wir aufmachen und rausgehen? Jetzt? Ich bin auf dem Dach. Jetzt raus, raus. Nein. Nein, ich hab nicht geschweißt. Alter. Ich weiß, hier können wir später zu machen. Wir haben schon. Okay, Leute. Google. Vier Treffer. 48 Damage nur. Schief Glock. Alter, wir haben schon bewegt die Schweine. Lass von oben so die Wettbewerden begehen und dann hier mal runter. Gehst du schon? Defused, defused, defused. Ich muss nach oben. Wir haben den. Ich hab sie. Ich hab sie. Nice. Also auf dem Dach war es echt nicht schlecht, oder? Nee. Nee, es war scheiße. Also wo ich schon lange nicht mehr hinwollte, war das Dach. Das war nämlich wirklich kacke. Boah, ganz hinten. Und der Atem viel wird von der LKW. Bomb ist down. Bomb ist down. Beim LKW. Du hast mich auf der Kett schottet. Warte, warte, warte. Bleib du, bleib du, bleib du. Du bombardst. Direkt hinter dir im Prinzip. Ja, der muss die Bombe ja holen. Ja, der muss die Bombe ja holen. Das geht, der kommt, der geht auf der Kett. Ohhhh. 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 Nein. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist ne Gummi-Pumpe mit Weiß da oben? Weiß nicht? Voll. Hahaha. Das ist nicht mal die Böse. Die Böse. Dachstatt 2. Oh mein Gott. Ich hab beiden Headshot gegeben. Ich fass es nicht. Fickt alles. Ey, die Bombe liegt da. Ja. Was ist da oben bei T-Spawn? Einer kommt Garrets. Einer kommt Garrets. Dann macht's mal auf einmal. Flash rein. Ich hab reingesetzt. Au, Alter. Oh, sorry. Ich hab dich aufgeregt. Nein. Ist down. Ist down. Ich mach gerade eine Ausbildung zum EDV-Systemtechniker. Cool. Was macht man da? Systeme bei Techniken. Boah, boah. Das will ich auch mal machen. Ups. Das war System. Ups. Das war Killer. Proband für immer. Oh, das war voll der Rhyme, Alter. Links von dir, links von dir. Okay. Stopp. Der Verstehör해, das du schließt euch? Das ist ein Boot oder eine Bombe? Das ist mit YouTube Gezahlt. Mit YouTube vom YouTube. Aber das Beste ist, ich hab ja jetzt ein neuen Laptop. Böööööööh.. Wöööööööööööööööööööööö. Wöööööööööö foööööööööööööööööööööözer Wenn du flunkas. Ich kann die Schritte gar nicht hören, wenn ihr alle größe fähren könnt. Ja, ich kann es echt nicht hören, weil jeder rumkreischt. Ja, Mentu. Ähm, du alter. Stinkerig. Du meinst eine Game-Capture-Card? Ja, genau. Oh, Mentu. Guck mal, da merkt man schon, dass die Ausbildung bruchtet. Ja, ja. Alexander! 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 Alexander, du alter Säcke! Ich meine, wir bleiben jetzt einfach an den dritten Teams, weil wir eh wieder 7 sind. Let's go, let's go! Wir schwitzen uns jetzt zu Tode, okay? Nichts mit Ansagen. Zerstörung? Ja, ich will jetzt die volle Zerstörung. Ja, Xander, du spielst das nicht oft hier, diesen Modus, oder wie? Äh, ich spielte Matchlaking. Ich hab das auch noch nie gespielt, hey. indem wir W blah blah blah... Was... W DIE QUEST $ tô Un? OOH QUOTН! Com'N 오 sh ! Das 왜� ich schlau bin, das weiß ich nicht, aber�� es... Alles für dir! Wir müssen wirklich nicht schlau sein, um zu werden. Killer, killer! Killer, Glück! Guerrera rass... Lass einen Night Fight machen! Nein, nein, nein! Killer! Killer, killer, killer. Lass uns in real life. Ich mehser Dich ab, alter. Alter, willst Du zu MIR kW m あ? Da hast du gerade eben mein Gesicht beleidigt oder was? Ein Stück Wasser. Oh Gott! Ein Stück Wasser. Nein! Monster hat mich gefüllt. Nein! Oh, der Kilo, der macht das nicht. Also ich hab voll Angst. Du musst seine Medikamente in den Körper schießen. Nein! Ja, so siehst du nämlich aus, mein Freund. Okay, okay, durch die Wand. Du kannst durch die Wand schießen. Du kannst durch die Wand schießen. Du kannst durch die Wand schießen. Demento. Okay, mach's aber schnell. Moment, warte kurz. Ich muss gerade so viele Leute killen und ich kann nichts hören. Ich hab ne Scout. Geht alle zur Seite. Ich will auch Scout. Go to the side. And then go to the... Hey, Kilo, guck mal her. Guck mal her. Warte mal. Ich muss gerade jemanden pimmeln. Warte kurz, warte kurz. Ich setz gerade zur sanften Pimmelung ein. Ich bin nämlich gerade rechts neben von dir. Oh nein! Oh nein! Keine sanfte Pimmelung. Nein! Nein! Warte mal, da kommt jemand, kill doch mal. Oh! Oh! Russian Kill, was war das bitte? Ich hab dir angeguckt. Und Russian Kill guckt mich an. Schau doch mal, schau doch mal. Schau doch mal. Ja, guck jetzt mal da. Ja, ich muss doch aber jetzt jemanden snipen. Ich kann doch nicht gucken. Du guckst jetzt, schau her. Ja, ich seh dich. Schau mal, jetzt auf einmal mach ich so langsam. Stupid man. Ja, ja, es geht. Aber der Xander macht doch Jagd auf mich. Nicht wahr Xander? Nee. Ah, da kann ich nicht hin schießen, der ist auf dem Dach. Ich weiß bloß, dass du das Geld hast, was er meint, dass du am Sporn schießt. Lass dich am Leben antworten. Nein, das finden sie überhaupt alles gar nicht. Also, die Informationen. Weiche. Was? A вот… yeah, ich kann einfachhindets. Mach ich dich auf переход! Und icke spür e Elena! Seh Halt! Wirklich weiter Edit! Die Stars. Wirklich. Wirklich. Das ist spーミakan. W் le greet. Wirklich. M$rine. Wirklich. Wirklich. Wizable. Vielen Dank.